So ihr kennt mich, ich kaufe nicht nur ein Promopack, ich kaufe wenn dann auch direkt ein Premium Promopack dabei und dementsprechend habt ihr jetzt ein Premium Promopack Brownfield Drain, das hatte ich lange nicht mehr in der Hand. Erstmal haben wir ein Auf Abenteuer. Auch hier werde ich am Ende des Videos einfach den Code in die Kamera halten und sagen, wer zuerst dran ist, der hat es halt. Das ist ziemlich okay. Wiederholender Wiederhall. Oh wow. Der wiederholt sich überhaupt nicht, dieser Wiederhall. Vier Mana Spontanzauber, das nächste Mal wenn in diesem Zug ein Spontanzauber oder eine Hexerei oder eine Loyalitätsfähigkeit aktiviert wird, wird er kopiert. Und man kann neue Ziele wählen, logischerweise. Okay. Inspirer, inspirierender Veteran, 2 Mana 2, 2. Alle Ritter, die du kontrollierst, erhalten Plus 1, Plus 1. Und verliebtes Biest. 3 Mana 5, 5. Kann nicht angreifen, es sei denn, man kontrolliert eine 1, 1 Kreatur. Und für 1 Mana Herzenswunsch kann man die Feuer auf den Adventure schicken und man kriegt einen 1, 1 weißen Menschenspielstein. Deswegen mochte ich Throne of Eldraine, weil das ist einfach Beauty and the Beast und ja. Diese ganzen Geschichten darum, das ist einfach wunderschön und das können sie gerne öfter machen. Ja. Hier ist der Code. Ne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis ihr einherblich seht. Ciao, ciao.